Das ist dein Preis, da brauche ich gar nicht viel zu sagen, das ist Timo Boll. Du hast auch weniger Platz. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe erst einen schönen Radar gehabt. Ausnahme, ich weiß mit Sicherheit, würden die meisten von euch auch gerne mal gegen Timo spielen. Aber nur eine Ausnahme können wir heute leider machen. Wir haben heute jemanden hier zu Gast, den möchte ich Ihnen vorstellen. Sein Name ist Gerd Kasperek und er spielt für den TTV Falken-Reinkamp und ist ganze 92 Jahre alt. Und sein größter Wunsch ist es einmal gegen Timo zu spielen und den wollen wir ihn dann heute erfüllen. Applaus Gerd Kasperek Applaus Gut Applaus Was kostet der Wasser? Äh, Zehner. Rassismus? Entschuldigung. Zuerst zerstört, was wir ambulantieren. Das war wirklich konanlekt, weil es eine Stöhre ist. Das ist alle次 Wow 하면서 das Auto verdienen. Das noch wir hatten. So, Fabian, sag uns was, wie war es? Ja, viel Spaß gemacht, ne? Also, wie wir haben schon erwähnt, der Klapp-Unterschied, glaubt ihr, war deutlich, weil es anfängt, Schminn reinzugehen, dann zu verlesen. Sie finden, dass der Fabian Teller aus Bochum das Top gemacht hat, dann ein Applaus. Man muss es einfach sagen, Timo, herzlichen Dank nochmal dafür, dass du das Ganze mitgemacht hast. Wir wissen, dass dein Terminkalender extrem voll ist. Gestern noch unter Vollstrom am Tisch gestanden und heute machst du hier so eine Trainingsstunde mit. Das herrscht das Ganze natürlich ganz nach oben auf. Und deswegen wollen wir uns bedanken und sehen Sie vielleicht auch in einem Brief. Applaus Applaus Applaus